Keks war eine kleine, graue Katze, die sich bei der Familie Berten wiederfand. Aber das Leben im Haushalt der Bertens war alles andere als angenehm für Keks. Keines der Familienmitglieder behandelte ihn freundlich, tatsächlich waren sie oft kalt und distanziert zu ihm. Keks Herz schmerzte, als er sich nach Liebe und Akzeptanz sehnte. Die Familie Berten hatte die Gewohnheit, Keks Namen zu nennen, als wäre er nur ein Ärgernis. Sie würden Dinge sagen wie, du bist nur eine nutzlose Katze, oder wir wären besser dran ohne dich. Sogar die Kinder folgten dem Beispiel der Erwachsenen und zeigten nie Zuneigung oder Freundlichkeit gegenüber der armen Katze. Keks fühlte sich völlig allein, gefangen in einer Welt, in der er unerwünscht war. Mitten in der harschen Behandlung fand Keks Trost in einem kleinen, einfachen Vergnügen, einem laufenden Wasserhahn. Immer wenn er überwältigt oder traurig war, würde er sich in der Nähe des Badezimmerschrankes positionieren und den Klang des fließenden Wassers seine Sorgen wegspülen lassen. Der beruhigende Rhythmus der fließenden Flüssigkeit schien ihn vorübergehend in eine andere, friedlichere Welt zu transportieren. Der Klang des Wassers wurde sein Refugium. Eines Tages, als Keks seinen ruhigen Moment am Wasserhahn genoss, bekam die Familie einen Blick auf sein eigenartiges Verhalten. Sie beobachteten ihn mit Verwirrung und konnten nicht verstehen, warum er so viel Trost im fließenden Wasser fand. Für sie war es unverständlich. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Katze verrückt sein müsse, und entschieden gemeinsam, dass es am besten war, ihn an ein Tierheim abzugeben. Als der Tag der Abreise näher rückte, spürte Keks unerwartete Freude in sich aufsteigen. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er einen Hauch von Hoffnung. Die Aussicht darauf, die kalte, harte Umgebung hinter sich zu lassen, erfüllte ihn mit Erleichterung und Aufregung. Keks wartete gespannt auf seine Chance, von einer Familie zu entkommen, die ihm nie Freifreundlichkeit gezeigt hatte. Endlich kam der Tag, an dem eine herzliche Ehrenamtliche vom örtlichen Tierheim kam, um Keks abzuholen. Als sich die Tür öffnete, schoss Keks nach draußen und sprang in die wartenden Arme der Ehrenamtlichen. Das Herz der Katze schwoll vor Dankbarkeit an, als sie sanft gehalten wurde und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit die Wärme einer menschlichen Berührung spürte. Im Tierheim begann sich Keks Welt zu verändern. Das Personal behandelte ihn mit Liebe, Fürsorge und Verständnis. Sie erkannten seine Vorliebe für fließendes Wasser und sorgten dafür, dass er immer Zugang zu einer Quelle des Trostes hatte. Keks, Tage der Einsamkeit und Vernachlässigung wurden durch Gesellschaft und Mitgefühl ersetzt. Er musste nicht mehr auf den Wasserhahn zurückgreifen, um seinen Sorgen zu entkommen, er fand Trost in der Liebe und Fürsorge, die ihn umgaben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.